Jo meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen hier am Start. Wir spielen heute mal ausnahmsweise, ganz verblüffenderweise, League of Legends und das nicht alleine. Ich habe hier meinen Spezialgast dabei, meine Wasserflasche. Okay, Welafe ist auch noch dabei. Natürlich, die zauberste. Wir haben uns hier auf der Botlane versammelt, weil wir ja quasi Botlane-Mains sind. Und ich habe mir gedacht, wir übertreffen heute mal Sola und spielen Draven. Oh Gott, oh Gott. Wir spielen tatsächlich gegen Blitzcrank und Jhin. Eigentlich wollte ich Jhin spielen, super ehrlich. Draven, du Sackgesicht. Draven, du Sackgesicht. Dankeschön. Sehr, sehr, that's pretty nice from you. Ja, ich würde sagen, wir gehen voll hemmen. Wir sind nämlich Team Edward. Immer noch. Hier steht ein Wort. Ein Edward? Lol. Ein Edward-Shit oder? Ja. Bist aber nicht der echte der... Lol. Ne, natürlich nicht. Das wäre ja lustig. Ähm. Hast du mit E angefangen oder mit Q? Äh, noch gar nicht. Ja, nimm E. Wir gehen aber mit Level 2 Ultra-Ham, ja. Oh Gott, das kann ich immer nicht. Immer nicht? Also ne, wir gehen wirklich Ultra-Ham. Ja. Ich finde es halt immer sehr faszinierend, dass wir komplett gegenteiligen Spielstil haben. Du bist eher so der Schinken und ich eher so nicht. Was ist denn das Gegenteil von Ham? Cheese. Cheese? Nee, das passt auch. Oh, jetzt habe ich schon den Grab eingesammelt. Hm, wichtig ist, dass du aggressiv vorne stehst ein bisschen. Ja, aber dann werde ich gehuckt. Wenn der dich grabbt, dann haue ich ihm aufs Maul. Okay. Versuche ich zumindest nicht. Ja! Ja, okay, aber hier, guck, dann kriegt der auch Schaden. Der kriegt genauso Schaden. Ja, aber ich kriege voll Schaden. Ja, er hat aber auch damit gekriegt. Das ist die Idee. Haust er dir aufs Maul, haue ich ihn aufs Maul. Haust er dir. Ja. Aber irgendwie... Willst du mich jetzt flamen? Ja. Okay, dann siehe zu, was du ein Grab machst hier. Ich habe immer noch kein Level 2. Dann helft du auch nicht. Du musst mir ein bisschen helfen pushen. Geht jetzt, da, mach was jetzt. Grab. Guter Grab. Du hast du gesehen, hab getroffen. Der war nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, im Vergleich zu den Blitzhooks sind so die Threshhooks der übelste, das übelste Schneckentempo, so Zeitlupe. Ja, 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 ja. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Das, das, das rettet mich nicht, aber du wirst noch ein paar Premium-Hooks sehen jetzt. Ich predict das. Ja, hau raus, komm. Mit Call. Du triffst jetzt. Wird garantiert. Okay, lass es. Die haben mir ein Wort drin. Oh, kann er auch nicht bekommen, freudig. Oh. Jetzt. Auf Gin. Waslowski. Grab auf Gin. Waslowski. Ja. Ja, der steht leider überall zwischen den Creeps. Leider, leider. Egal, ich counterhooke den Blitz, wenn er mich, wenn er mich hockt. Wenn du in Bäumen stehst, dann kannst du den. Ui. Ich verliebe noch alle Minions hier. Alle. Einen kann ich nur nehmen. Wir müssen Kills machen, damit ich meinen schlechten Farmen ausgleichen kann. Das ist ein Deal. Das ist eine Bombe, ne? Nur so als Info. Hä? Echt? Hast du nicht mal gemerkt, ne? Nö. Ich hab nur gesehen, dass das so eine Trap war, die Vision gibt und ich's laut. Und auf einmal Puff macht. Na, das hab ich nicht gesehen. Ähm, ja, wir müssen jetzt aber gleich gucken. Also, du musst halt wie so ein Sniper sein. Auf der Hut wie so ein Hai quasi. Wie so eine Raubkatze und dann irgendwann den Hook da reinwerfen. Weil sie auf deinen Moment warten und das Ding versenken. Ja, oder er hockt uns in den Tower. Das ist Plan B. Wahrscheinlich. Dann lass sie ihn mal ein bisschen pushen hier. Dann mein Q jetzt weg. Aber ist egal. Hast du ein Board? Da? Jetzt nicht mehr. Geil, okay. Danke. Du kannst noch so ein Ding nehmen. Einen, den da. Den? Den? Ja, ja, tschell. Schaffst du? Nice. So, jetzt. Von mir aus Hook auch. Glitzcrank. Hauptsache, ich kann jetzt irgendwas kaputt hauen. Ich glaub, der Hook mich. Wer hat kein Wort. Der Jen hat schon Level 4, ne? Jetzt haben sie auch schon gepusht. Aber ich noch nicht. Aber den da hinten noch, glaub ich. Den da. Den da. Okay, jetzt. Go. Go for it. Ja. Oh, nice. Engage. Okay, warte, ich geh drauf. Oh, da kommt der Gang. Jetzt mach irgendwie so irgendwelche Attacks. Oh, no. Aua, aua. Da hätte ich vielleicht. Komm ran. Hat sie nicht gemacht. Hat sie nicht gemacht. Hat sie gemacht. Guck, ich sag ja, die Premium Hooks, die kommen noch. Ja, leider ein bisschen spät. Ja. Ja. Leider. Ne? Einen geschenkten Gaul, ne? Schaut er auch noch ins Maul. Dieser Blitzcrank ist halt so tanky, alter. Oder? Wir haben halt den Blitzcrank gefokust, ne? Oder? Ich denke. Ja. Aber der ist halt trotzdem tanky. Geh mal weg, bitte du. Okay. Huch. Okay. Ich dodge das. Das war predicted. Ach so. Ach, du wolltest, dass das Male von ihm rauskommt. Ja, ja. Das war so ein guter Plan. Ich muss nämlich grad mal HP aufladen. Ich hab nämlich keine mehr. Hab ich nicht hier Warlords-Ding? Doch, aber. Der K6 ist am Start. Ja, dann, äh, go. 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 Grab irgendwas. Da, nimm Blitz. Nimm Blitz. Hab ich die Stacks bekommen? Nö, hab ich nicht mal bekommen. So ne Scheiße. Wieso hab ich eigentlich keinen Ignite mehr? Mann, ich muss den killen, damit ich die Stacks kriege. Was ist denn gejus? Hätte der mir echt lassen sollen. Jetzt freue ich. Hab ich irgendwas von den Stacks gekriegt? Lass mal back, oder? Bevor der Level 6 wird. Er wird gar nix. Er wird sterben. Jetzt, geh drauf, mach englisch. Ja, ich hab nix. Mach jetzt. Seriously? Nice. Oh, yeah. Nice. Genau hier, das sind die Draven Mechanics. Hallo, ich hab den gehuckt. Hast du gar nicht. Ich hab's auf Band. Ich hab Videomaterial. Achtung, Achtung. Tu was. Ich hab nix, ich hab kein Mana. Renn weg. Okay. Guter Tipp. 2.900 Gold, ich hab keinen Ahnung, was man auf Draven braucht. Die hat geultet, ne? Ja. Ich hab keine Ahnung, was man auf Draven braucht. Nice old. Jamage. Immer diese Riesenschwerter, die blauen. Ich hab gehört, Schwerterstacken ist wichtig. Ja. Immer schön druck. Infinity Edge. Ist das so richtig? Das war auf jeden Fall vor so nem Jahr ungefähr so. Da hab ich ein paar Mal Draven gespielt. Ist bestimmt noch relevant. Ja, ich hab jetzt den Bild fast fertig. Ich bin Full Bild, tatsächlich. Sieht gut aus. Aber die Schuhe würde ich, glaub ich, noch verkaufen. Naja, nee. Ja, rein drücken so ein Schuh, nicht so cool, aber das sind welche von Deichmann. Die sind ganz... Okay. Verstehe ich. Holzschuhe. Nein, aber dann kann ich mehr Qs machen und torschen und so, weißt du? Mhm, mhm, mhm. Versteht ihr? Mhm. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm, mhm. Alter, 101. Ich bin richtig stolz auf mich. Bam. Meiner. Mach'n... Mach's... Ich muss auch hier grad fahren, ne? Mhm. Ach man, den wollte ich machen. Warte, ich steh' kurz ein Wort. Jetzt da ist Jinder Floskin. Pass auf. Wo auf? K6 ist nicht mehr am Start. Ich hab' level 6, level 6! Ich noch nicht, aber go! Ich werde sofort... No! könnte vielleicht noch den nächsten minuten dann können wir auch drauf ich hatte hatte 50 plus 6 also 270 er guckt mich wenn er nicht mal ich euch übrigens ja das ist im tower da kommt oben weil er hat jetzt ulti der hässliche hat er kann aber nicht holten wenn der ulti werfe ich dem meine blades ins gesicht ok da kommt was ok 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 ich bin tot das sind schweb müssen ich habe das profi equipment eingepackt das ist der taschen suchlaser du wirst block das damals schaden auf block das obwohl da kommt was lauf 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 ist das ok wenn ich sterbe oder solches lieber vermeiden erst mal am besten wenn du stirbst und wenigstens ich den kill krieg habe ich habe ich ihn gekriegt es war er war der wach der wachse kj der hatte noch ulti wenn er dich kann gar nichts mit seiner ulti und die ist useless ist das so ob ich mit drauf gehen habe ich brauche noch ein zweites da ist doch eine wei dann nicht würde ich nicht so unbedingt machen dann nicht sie sich jetzt mal verziehen weil das ist mein kill ausgelaufen aber ich weiß nicht ob wir ihn sonst gekriegt hätten nein hätten wir auch nicht deswegen ist es ok das trotzdem reportet ok na gut ich will den jetzt feiten aber ich habe kein mano und blitzcrank ist auch schon wieder da ich gehe jetzt nach hause ich bin da ich glaube ich habe sogar mein item fertig englisch nein ich gehe jetzt weg ja du musst fertig hier muss stinkt so jungen muss es fertig jetzt können wir falten ja komm ran 70 sekunden bis ulti was gehe ich als nächstes der stansch werter werter ok infinity edge vielleicht wenn es halt wirklich nicht ja ich glaube hier muss es halt so das absolute ich mache jetzt alle kaputt bild ja ja das war so müssen wir jetzt auch kaputt machen sonst klappt das nämlich ich glaube die sind nicht da die treten mich hier ich gehe mal rein okay da die sind jetzt wahrscheinlich auch bestimmen haben 9 75 das passt oder machen track man gar nichts nein ich kann halt ein wort hier sind theoretisch blitz 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 ich richtig feiern jetzt aber richtig krass feiern würde ich jetzt ja dann mache ich es lieber nicht ich habe noch fünf sekunden bis ulti mach jetzt jetzt am tower ist die leblanc kommt aber guck mal wie schade ich mache gar keinen ich bin tot ich hoffe ich werde nicht angeschossen ich bin tot nein bist du nicht du lebst noch was man hat er nicht noch ein schuss nein der hat seine schüsse verbraucht okay gut dass ich auch gut dass ich eben noch schön geflasht bin das war ja wir haben gar keinen schaden gemacht ja gut gegrappt ja nicht wer lassen wir wieder runter werden beide überlebt der vorteil ist alles raus gebetet ja aber ich habe auch nichts mehr kein flash doch ich habe noch ignite jetzt ist wieder ab oder der k6 tötet die halt k6 tötet sie doch nicht ich muss jetzt ganz recht dass er die gewinnen das noch und laufen dann aber weg blitz nach in k6 gestorben und vier jahre der k ajo ja es steht richtig gut achtung der witz war gut wollte ich damit sagen aufgepasst da habe ich auch noch danke ja nimm den ja ich komme ich ran ne block habe ich keine sex verloren und bin nicht gestorben also so schlecht ist es nicht ja das war in der tat nicht schlecht in der tat kann ihre ref link ist in der beschreibung ja definitiv jetzt lass mal wirklich das war sehenswert also wenn ihr das gefeiert hat dann jetzt ich hab nur kein mann am ist das problem aber weiter jagen tank das nein 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 ich bin recht tot dann denke ich das jetzt ich denke doch nicht mehr als laterne grab die laterne okay warte ich bin noch hier ja ich hab das wo kommt wieder näher mit ihrer alarmanlage da oh gott schafft sie doch noch ich sterbe beide alle tot sie flasht einfach drüber und ich hab kein mana lauf fack mein leben flieg ja spring toll der kackt denn hat mich noch gekriegt ich brauch irgendwie was brauche ich jetzt irgendwas wo kommt denn der echo her irgendwas verrücktes bruch was verrückt ist alter was macht er da was ist sein plan weiß nicht auf einmal schwer dann irgendwas wenn wir daraus schon bauen immer schwer zu bauen aber es war eigentlich gar nicht so schlecht bis zu dem moment wo ich kann man mehr hatte ja vielleicht musst du dir einfach mal narek item kaufen vielleicht sollte ich mir meiner mir der schaden man aber ich habe auch wieder stacks bekommen ich habe jetzt 520 hast du gekriegt ja ja ich habe nicht mehr durchgeblickt aber stimmt nach seinem club der der bleibt natürlich erinnerung nach seinem ersten nice miss bot lane das ist warte ich bin eben schnell noch ja ja man kann nicht sagen wir haben nicht gepinkt so wir sind team edward und müssen jetzt bella befreien oder ugo oder so was jetzt einfach wir brauchen irgendeinen grund da engage ohne witz den kriegst du ich vertraue darauf dass ich kann nicht dran hast du gerade geflasht den kriegst du jetzt egal 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 weiter schön ich werde jetzt gechanter ich habe erst in zwei sekunden hook okay immerhin haben wir sie noch bekommen ach gott der mit dem warum team es erst ist richtig op was ist das namen habe ich noch nie gehört von gutenberg und lass mal jetzt botland durch pushen und falten okay was ganz neu ist quasi der k6 hat den gen geholt eigentlich ist das bleibt doch glaube ich nicht so gut weil ich ja permanent schaden machen aber es wäre lustig mal gucken so der djinn ist tot also hau raus was geht auf wen auf die minions das ist ja lang auf die münchen ja mach schaden und macht die wave ich habe wieder steckt bekommen supercool 684 gold wen hast du gekillt ich krieg das einfach nicht mit ich sehe nur immer dass wir sterben was los jetzt wieder unter dem trug gedacht okay ich hab was ja komm ich bin da mach was eng jetzt damit habe gerade schon was ich sterbe hat mir sowas selbst nicht alles ist gut alles ist gut so lange du willst ich glaube da grüßt mich noch was ziemlich interessant ist egal tu es jetzt bitte abstimmen ob wir ob ich den krieg oder nicht sagst du ja oder nein ich habe kann ich sage nein 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 er haut ab das ist unfair das heißt du kriegst den kill nicht was soll ich bauen als item er ist um es eigentlich um wenn es das schild was mir irgendwas was mich auch länger am leben hält locket oder den sekus locket bauen aber locket locket holy shit hole ich mir den jetzt denn da kill habe ich gemacht ja gut ich sag mal die frist ist noch nicht abgelaufen gewesen traktabel jetzt wäre zu lustig aber das wäre nicht cool hätte nach ausschwerten bauen das muss doch da geben wie ist ein blitz in blitz 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 ich geh das dance das ist der neue bild ich habe ein ultimate macht schaden ja witzig du bist ein witziger käse käse passend zum cheese das ist mit ihm was ist los mit ihm kommt jetzt kommt der engage hier halbe stunde zu spät die würde ich jetzt halten hat die wahl geultet weiß ich nicht ich glaube nicht glaube nicht du bist quasi für mein leben fahren würde ich gerade ja ist doch gut dann rette ich es jetzt ja dann noch in dem ich dir sage dass sie geultet hat er nicht gut okay ich gehe drauf der macht wenig schaden der junge der macht gar keinen schaden das war mein schaden der hat auch nicht 92 nein hat er nicht den muss ich holen das wäre meine das war gestealt von ihm irgendwie macht ja jeder in dem game was er will ja bestimmt oder es oder geht was ich muss irgendwo kill sich die nichts aber ich brauche kills ich habe keine mann wie du krieg keine kill der karex übertreibt jungen da macht geht doch solo ich hab elf ja ich bin aber artig ich wollte es nur gesagt haben engage ok doch nicht guter engage ich gehe mal shoppen ich bin die shopping queen willst du kein red buff hier gibt's red buff ne danke for free so der stanz ist fertig jetzt wollen wir bot lane pushen ich muss erst mal was kaufen rageblade nimm alles mit alles alles jetzt noch ein blutdüßer bauen würde würde ich nie sterben nie auf den ganzen planeten ich geh jetzt ich habe zwar kein krit was ziemlich doof ist aber ich werde niemals sterben niemals ich habe kein mana kein mana habe ich glaube ich gehe mir doch noch frozen den film was für ein film nein das item frozen hat frostherz gefrorenes herz heißt es glaube ich fuck also fast ich muss eben eine wave pushen und dann könnte ich holten schade alter das lauf spring renn fliegt renn fliegt spring renn lauf spring ich seh nix du bist ein held tüte ist lauf ja ich muss was machst du denn oh das war nice nice muss der andere oder 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 lass mal spülen komm her oder ich spüle ich jetzt weg schade das war unfair gespielt von ihr loll lass mal turm machen ja ja bin ich dabei ich hab das gefühl die gehen auf mich und jen würde ich jetzt gerne mal feiten komm her komm her ich bin raus alter der echo rastricht aus der junge der junge wie fährt denn der weil jetzt spielen alle sind wer der ist übel strong ich hasse diesen diesen jungen ich hoffe die lassen das wohl zu ich glaub nicht hab auch das gefühl nicht aber ich bin da ich bin da wir feiten ich habe schild ja nice ich bin gesilenced wenn der mit denen der cloud dieser scheiß käfer scheiß ich habe auf jeden fall geholfen hast du gesehen nein der hüftkäfer geht mir auf den sack anzeige ist raus und drin gibt es ja gar nicht er klaut mir alle kills ist unfair mama man käme meinen pullover jubb hilfe 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 gib mir nen lantern habe ich das ist nicht gefährlich da jetzt wirst du meine hier aber todes op sein land für mich ja du hattest sie leider schon jetzt wirst du meine hier wirklich todes op da ich habe jetzt war lords ich habe blutdürste und ich habe dass der so danse der so danse muss jetzt richtig krass an ich jetzt erst mal baren tanz des todes ja du kannst auch drake machen ja ja hier gefrorenes herz oder zirkes boote noch mal zweck ist ein bisschen krit hast du kein krit ich habe ja nur so scheiß alter gut dass du keinen findet ihr jetzt hast euch nicht hier guck mal wie ich mich heil wer brauchen findet ihr jetzt schon sich heilen kann das stimmt das sieht gut aus ich bräuchte jetzt noch blubuff ich gehe auf die botline tschüss jetzt baren soloman das geht mit sicherheit mit dem bild das ist der dass ich jetzt baren solo machen wollte ich habe auch die gold star dann können wir uns zu rennen dann ja gg gg danke dass ihr vorbeigeschaut habt raven guide wird es demnächst geben nicht tschüss